Meine Eltern sind auf Asienreise, in China und dann Japan. Statt Mallorca, damit zeigen sie ihre Weltoffenheit. Und meine Schwester und ich haben vier Wochen Ruhe. Du hast wohl keine Lust mehr, dich zu unterhalten. Aua! Bleibst du auch über dich? Ja, klar. Du hast mir vorhin schon aufgefallen. Ich war in der Theke gewissen und dich beobachten. Du gefällst mir. Danke. Dann bist du also ein intensiver Beobachter. Ja, das kann man so sagen. Was denkst du jetzt gerade? Das kann ich dir gerade nicht sagen. Ich bin sogar. Ich bin sogar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020